Guten Abend, guten Tag, ich melde mich kurzfristig zurück aus dem Sommerurlaub und zwar es geht wegen den Grand Theft Auto 5, Premium Edition, Playstation 5. Ja, es ist so weit, es gibt die ersten Bilder und man sieht Premium Online Edition beinhaltet Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto Online und das Criminal Enterprise Datenpaket. Gibt es mittlerweile bereits beim Mediamarkt auch zu kaufen um 69 Euro. Okay, aber, aber, ich wurde heute klar und deutlich bestätigt. Rockstar haut das Premium Paket tatsächlich so hinaus, wie ich gesagt habe, Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto Online und das Criminal Paket. Das heißt, wir haben das Criminal Paket, das was bisher um 30 Euro war und das normale um 99 Euro bekommen wir, also um 69 Euro. Jetzt auf einmal. Das Premium Paket also beinhaltet tatsächlich das Enterprise Paket und eine Million KTA Dollar. Freunde, wir kaufen das selbe Spiel, das wir seit über 5 Jahren haben, noch einmal und das lustige, hahaha, das Criminal Enterprise Datenpaket ist sogar jetzt dabei. Geht man allerdings auf etwas anderes und zwar das Enterprise, wie heißt das, wie heißt das genau, das Criminal Enterprise Paket, gehen wir googeln, googeln nach Criminal Startup Paket. Hahaha, haben wir bis jetzt um sage und schreibe, sage und schreibe, sage und schreibe, da haben wir das genauso gehabt, eine Million Dollar, da hast du sogar die Büros, das bekommst du jetzt, das bekommst du alles im Premium Paket. Hahaha, und das gab es seit 22. Dezember, also das gab es seit voriges Jahr, also was beinhaltet das Criminal Paket, das Criminal Paket, Startup Paket ist das, ja, da hast du mal eine Million GTA Dollar, die Immobilien hast du schon gehabt, ja, und das Leute kaufen wir jetzt in der Premium Version. Hahaha, ja, ja, als ich das heute gelesen habe, ich glaube, ich spinne. Rockstar haut tatsächlich, Rockstar haut tatsächlich, ja, das Criminal Starter Paket, jetzt um 69 Euro. Also, um 69 Euro, wie gesagt, beim Mediamarkt, ja, hinaus. Und beim Amazon ist es auch schon. Also, also, das schreibt man da, Mediamarkt, markt, alle, oder auch alle, und use, äh, geschickt. Grand Theft Auto 5, Playstation 5, also dieses Spiel, ja, was ursprünglich da 44 Euro kostet hat, ja, was, wie gesagt, 55, also 45 Euro kostet, können wir jetzt in, ähm, da gibt man dann, da im GTA 5 ein, äh, GTA 5, da haben wir es dann irgendwo dann, haben wir es, wie gesagt, da gibt es, wie gesagt, da gibt es sogar GTA 5, die Complete Edition, nicht nur auf 3, 19 Euro, PC 25 Euro, und da hat man dann, ja, und da hat man dann das auch, GTA Premium, wie gesagt, das ist GTA 5, Theft Auto, Playstation 4, 69 Euro, Mediamarkt, ja. Rockstar macht wirklich den Fehler, tatsächlich, möge man fast meinen, ja, weil, weil, war, ein YouTuber hat mich da, wir haben da schon intensiv in der Community, ja, und lieber Joy03, es ist tatsächlich ein Flop, ein Flop, ja, auf dieser Stelle ein Flop. Sie haben es wirklich getan, Rockstar hat es wirklich getan, also, da schaue ich ja, Premium Online, das Gremlin Enterprise Paket, Leute, Rockstar hat uns am Arsch. Ich wurde heute, ja, und, ich wurde völlig bestätigt, ja, und, ja, es ist zwar derzeit noch nicht auf Lager, aber, ja, es ist, es steht da wortwörtlich, Bremen, bei Ihnen könnte ich traue, könnte ich traue, könnte ich traue, ohne das Gremlin Paket. Das Gremlin Paket hat es bisher um 30 Euro oder was gegeben, und das kaufst du jetzt dazu, mit einer Million GTA Dollar, Waffenbekleidung und Tattos, eine Flotte von Leistungsschlagfahrzeugen, ja, und das ist eben genauso das Gleiche, du kaufst das Spiel, das Grand Theft Auto 5, und das Gremlin Enterprise Paket, Starterpark, und das normale GEN DEF-AUTO und das alles jetzt komplett ok danke ciao